Hallo ihr Lieben, Knaustraße. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Stadt und wir gucken mal, was wir in der Stadt so feines machen. Ihr merkt schon, das Handy wackelt, liegt daran, weil wir im Bus sitzen. Ich hoffe, ihr versteht mich, ich mag nicht so laut reden. Das ist dann doch ein bisschen sehr peinlich. Wir wollen erstmal in die Stadt, weil Luca möchte für sein Ticket eine Hülle haben. Dann will ich nochmal wegen den Strittlern gucken und dann müssen wir heute definitiv noch groß einkaufen machen. Nein, brauchst du nicht. Lust ist nicht gerade da, was soll man machen? Ich kann euch den Ausblick vom Bus ein bisschen zeigen. Ob das interessiert? Keine Ahnung. Jetzt steigen noch mehr ein, deswegen über Ende. Warte. So ihr Lieben, wir sind jetzt in der Stadt. Allerdings ist das heute sehr voll in der Stadt. Das ist echt schlimm. Oh ja. Hier ist mein Söhnchen. Mein Mann darf ich ja nicht zeigen, der will das ja nicht. Wir sind jetzt an einer Straße, wo halt viele Einkaufsgeschäfte sind. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so viele Leute mit draufkriege. Ja, wir wollen jetzt nach Rossmann und wollen ein bisschen einkaufen. Für die Kinder haben wir hier so eine Sandkiste. Die wird im Sommer immer aufgebaut. Und ja, ich melde mich später wieder. So, Rossmann ist geschafft. Jetzt machen wir uns auf den Weg zu Karstadt. Genau, weil ich nochmal nach Stricklanden gucken will. Und du brauchst gar nicht vorgehen, weil ich fühle mich nämlich von anderer Seite aus. Da. Ja. Und wenn wir mal gucken, was wir jetzt machen. Einer hat wahrscheinlich gerade gedacht, ich filme nach vorne und hat erstmal zugewunken. Das macht ja auch nicht jeder. Also, ne? Gucken wir mal. Hi ihr Lieben, wir sind jetzt endlich aus der Stadt raus. Hallo. Hallo. Matsja. Und ja, wir fahren jetzt nach Hause. Sie schon genannt? Nein, haben wir noch nicht. Auf 9, Streifen 23. Und da wir ja kein Auto haben, fahren wir ab und zu mit dem Taxi. Das machen wir heute. Wir sind nicht echt kaputt. Vor allem, die Stadt ist so voll gewesen. Und ja, volle Stadt kann ich überhaupt nicht leiden. Das ging mir gerade so schlecht in Edeka. Aber ja, mein Sohn ist aber auch kaputt. Sieht man ja, der pennt fast ein. Und wir fahren jetzt hier am Wasser lang. Das machen wir immer dann, wenn wir Taxi fahren. Ja, manchmal ist natürlich ein eigenes Auto viel schöner. Klar, aber kann man sich ja nicht immer erlauben. Und deswegen gibt es halt ab und zu mal Taxi. So Anfang des Monats halt zum Beispiel gibt es dann Taxi. Mal gucken, dass wir uns beide hier drauf kriegen. Ja, genau. Und ja, dann gucken wir mal. Hi! Wir sind ja zum Glück wieder zu Hause. Und ja, mein Sohn ist hier gerade bei den Nasen bei. Und ich werde mich jetzt gleich umziehen. Und dann werden wir wohl Abendbrot essen. Es ist nämlich fast 18 Uhr. Und dann mal gucken, was heute noch so ansteht. Es ist Samstag. Samstag heißt, dass wir natürlich auch definitiv ein bisschen länger wach sind. Und ja, vielleicht spielen wir noch ein bisschen oder machen wir was anderes. Mein Sohn hat sich gestern... Wen hast du denn da? Ach, Hope. Da. Luca mit Hope. Auf Vorsicht, Luca. Mein Sohn hat sich gestern Raft runtergeladen. Ich kenne das Spiel. Das ist ein tolles Spiel. Da lädt ihr auch runterladen bei Steam. Für 20 Euro. Genau so. Ich kenne das Spiel nicht. Aber naja. Vielleicht probiere ich das ja irgendwann mal bei meinem Sohn aus. Dann kann er bei mir Graveyard Keeper ausprobieren oder so. Keine Ahnung. Weil das möchte er unbedingt, unbedingt, unbedingt ausprobieren. Bei mir wurde ich es nicht gefunden. Das war blöd. Ja, warum auch immer. Keine Ahnung. Mein Mann packt hier gerade aus. Die beiden Flaschen kann Luca haben. Habe ich gesagt vorhin. Mein Mann packt gerade aus. Und so. Ich melde mich dann später nochmal. Bis dahin. Ciao, ciao. Geht doch mal rum. So. Gegessen und satt. Auch bis oben hin. Bis Oberkante. Ja. Und wie gesagt, wir waren hier einkaufen. Ich habe ja ein bisschen was aus der Stadt gemacht. Also nicht viel. Das, was ihr halt sehen konntet, es war halt ein bisschen schwierig. Vor allem, weil, ja, weiß nicht. Also wir sind die Straße lang und dann hatte ich ja mit euch geredet. Und dann hockte einer und von wegen winke, winke. Ich dachte, oh Gott, peinlich. Ich muss jetzt unbedingt aufhören. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Außerdem hat meine Psyche ganz schön gelitten. in der Stadt heute. Es war sehr voll. Das habe ich total gemerkt. Aber ich konnte trotzdem nicht umhin, mir ein bisschen was zu kaufen. Mangas hole ich meistens bei Amazon. Da haben wir auch gar nicht so die Zeit gehabt jetzt in der Stadt. Wir waren halt bei Rossmann drinne und dann bei Karstadt kurz. Und dann waren wir einkaufen. Und ja, bei Rossmann konnte ich nicht umhin, mir mal wieder Nagellack zu holen. Ich habe ja früher meine Nägel selbst gemacht mit Gel. Aber nachdem das halt fügisch nicht mehr ging, musste ich dann alles verkaufen leider. Und ja, oder es ging. Aber ich habe halt zu viel gemacht. Also ich habe halt wirklich nur noch Nägel gemacht. Und ich habe halt alles andere um mich herum vergessen. Und das war halt nicht so toll. Weil das konnte ich dann halt auf Dauer nicht machen halt. Ja, ich möchte euch mal zeigen, was für Nagellack ich mir ausgesucht habe. Und einen davon habe ich drauf. Da. Mein Sohn hat mir das nämlich ausgesucht. Das ist ungewohnt. Das ist der hier. Der. Moment, mal gucken, ob ich das so drehen kann. Da. Ja, das ist der hier. Den habe ich drauf. Den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ist von mir. Dann habe ich mir noch den hier ausgesucht. Der ist auch ganz schick. Also ich habe mich so teurer genommen, weil ich da keinen, kaum Topcoat drauf mache, wie das da heißt. Und dann gehen die halt schnell wieder ab. Dann habe ich mir noch so einen Glitzernagellack ausgesucht. Moment. Kann man das erkennen? So. Und so einen, der so ein bisschen in, ich weiß nicht, das stand hier, in Chrom geht. Fand ich auch ganz nice. Gab es früher auch als Gel. Oder gibt es auch als Gel. Habe ich ganz viel früher von gehabt. Fand ich total hübsch. Das nächste Mal, also Luca hat jetzt gerade den ausgesucht. Das nächste Mal nehme ich den halt mit dem Chrom. Und ja, mal gucken, wie der ist. Und dann konnte ich natürlich nicht umhin, mir schon wieder Wolle zu kaufen. Mein Mann ist echt begeistert. Nämlich gar nicht. Ich habe mir immer die gekauft. Gucken, was ich daraus mache. Wahrscheinlich übe ich das, mein neues Muster, weil ich habe mich jetzt Lochmuster geschafft. Und ich habe mir andere dicke Wolle gekauft. Ich hatte mir letztes Mal, das hatte ich euch ja gezeigt, dicke Wolle geholt. Jetzt habe ich mir die geholt. Bei Amazon. Allerdings war die dicke Wolle, die ich mir bei Amazon geholt hatte. Ich muss meinen Arm mal ausruhen. Dicke Wolle, die ich mir bei Amazon ausgesucht hatte, nicht so schön. Also die konnte man echt nicht gut verstrecken. Deswegen habe ich mir jetzt andere geholt. Und mal gucken, wie die ist. Jetzt ist es. Jetzt ist es. Jetzt ist es.